Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update zum Coronavirus. Heute ist der 12.11. um 23.50 Uhr und wie immer gehen wir die aktuellen Zahlen durch, prüfen das Modell, was sich da seit letzter Woche so getan hat und ob wir vielleicht so einige Interpretationen so ein bisschen über den Haufen werfen müssen oder aktualisieren müssen. Dann gebe ich noch ein paar Interpretationshinweise, weil man da ja noch eine ganze Menge falsch machen kann und zum Schluss immer noch ein kleines Fundstück in Sachen Medienkompetenz. Die Quellen findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung und die neuesten Zahlen sind erstmal wie folgt. Wir haben 20.976 neue bestätigte Fälle, das ist jedenfalls um 23 Uhr so gewesen. Es kann sein, dass das im Nachhinein zum 12.11. nochmal ein bisschen verändert wird. Wir haben 1.813 Covid-19-Patienten mit invasiver Beatmung auf den Intensivstationen. Das ist jedenfalls der Stand von heute 12.15 Uhr, das ist eine ungefähre Auslastung von 23%. Jedenfalls nach der Kapazitätsgrenze, wie ich es hier grob geschätzt habe. Und hier muss man dazu sagen, dass Covid-19-Patienten bedeutet, dass das Patienten sind, die einen positiven Test haben. So und insgesamt haben wir aktuell 281.627 aktive Fälle. So hier oben im roten Rahmen habe ich den Stand vom Klinikmonitor vom 5.11., also vom letzten Video. Da hatten wir noch 643 Kliniken mit freien Kapazitäten. Mittlerweile sind es nur noch 623. Und die haben das Layout so ein bisschen geändert. Also jetzt ist das hier so grau unterlegt. Ich fand es mit dem Blau besser, aber gut. Und jetzt sieht man hier auch noch die Prozentanzahl. Also 50% der Kliniken haben noch Platz. Und das ist ebenfalls der Stand von heute 23 Uhr. Okay, schauen wir uns das in der Excel-Tabelle an. Hier gibt es überwiegend Positives zu berichten, aber auch ein bisschen was Negatives. Der Trend mit dem täglichen R-Wert von unter 1, der hat sich fortgesetzt. Hier haben wir sogar vier Tage in Folge mal zwischendurch unter 1. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und hier sehen wir, seit dem 27.10. ist der durchschnittliche R-Wert, der 7-Tages-Durchschnitt, die ganze Zeit gesunken. Und jetzt sind wir schon bei 1,09. Wobei das hier vom letzten Tag, das ist, wie gesagt, das kann ja hier mit den neuen Fällen noch ein bisschen nach oben gehen. Vielleicht auch so 22.000 oder so. Da kann es auch sein, dass dieser durchschnittliche R-Wert noch ein bisschen steigt. Aber so insgesamt ist das hier auf jeden Fall positiv. Negativ ist, dass wir hier die 1 immer noch nicht erreicht haben. Und wenn wir bei einem durchschnittlichen R-Wert von 1 angekommen sind, dann haben wir ungefähr dieses lineare Wachstum erreicht. Bisher haben wir es nur geschafft, das exponentielle Wachstum zu bremsen. Aber auch mit 1,09 ist man noch im exponentiellen Wachstum drin. Und hier die Anzahl der Intensivbetten mit Beatmung, wo Covid-19-Patienten drauf liegen, die ist auch noch zunehmend. Wobei das hier auch schon das Wachstum so ein bisschen abgeschwächt wird. Das ist also analog zu dem hier. Aber auch hier, solange das noch steigt, kann man noch nicht ganz in Warnung geben. Wir können nur hoffen, dass wir da demnächst eine Trendwende sehen. Auf jeden Fall kündigt das hier schon immer eine gewisse Trendwende an. In der Populationsdynamik sind wir daher eher im linearen Wachstum drin. Also fast. So ein bisschen sind wir noch im exponentiellen Wachstum drin. Aber das kündigt sich schon an. Also wir sind jetzt hier ungefähr. So ziemlich am Anfang. Wobei man natürlich sagen muss, dieses lineare Wachstum ist nur ganz kurz Zeit. Und danach geht man direkt ins verzögerte Wachstum über. Das heißt, hier am Anfang vom linearen Wachstum hat man eigentlich auch noch einen R-Wert von etwas über 1. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier sind. Ich kann mich hier an der Stelle noch irren. Also es kann sein, dass ich das nächste Woche revidieren muss und sagen muss, ja, leider sind wir immer noch nicht im linearen Wachstum. Also letzte Woche waren wir dann doch hier. Aber ich denke mal, das sieht schon sehr gut aus insgesamt. Und das schauen wir uns auch gleich in GeoGebra nochmal an. Okay, so sieht es jetzt aus. Das hier oben, das sind die aktiven Fälle. Hier hat sich noch kein Maximum rausgebildet. Ich dachte eigentlich, hier hätten wir es schon fast erreicht. Das hier auf dieser pinken Kurve, das sind die Leute mit invasiver Beatmung. Hier sieht man schon, dass es auch so eine Art lineares Wachstum gibt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wann wir dieses Maximum erreichen. Also jetzt ist ja diese pinke Kurve hinterlegt und jetzt sieht das so aus, als ob wir jetzt hier direkt an diesem Maximum sind. Aber das kann man jetzt an der Stelle tatsächlich noch gar nicht sagen. Also es kann sein, dass das erst mal hier hinten ist. Es kann aber auch sein, dass es jetzt hier schon die nächsten Tage wieder runter geht. Da muss ich einfach noch eine Woche warten, bevor ich das dann im Nachhinein sagen kann. Auf jeden Fall sieht das hier die letzten zwei Wochen sehen relativ linear aus. Und bei dem hier auch. Und es spielen hier noch eine ganze Menge Faktoren rein. Also die Testkapazitäten, die Art der Testung, die wurde in den letzten zwei Wochen auch irgendwann verändert. Ich weiß nicht mehr genau wann. Und es gibt mehrere Faktoren, die hier mit rein spielen. Und deswegen ist es jetzt gerade sehr schwer zu modellieren. Was wir aber auf jeden Fall festhalten können, ist, dass es nicht so aussieht, als ob wir diese Kapazitätsgrenze für das Gesundheitssystem, die ich hier grob geschätzt habe, dass wir die erreichen. Das sieht eher nicht so aus. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, die wir so erst mal stehen lassen können. Wobei man hier an der Stelle aber auch noch nicht Entwarnung geben kann. Also ganz ausschließen kann man es an der Stelle noch nicht. Es gibt Länder auf der Südhalbkugel, die hatten Lockdown-Maßnahmen und da hat man es trotzdem die ganze Zeit exponentielles Wachstum gehabt. Es kommt aber auch immer darauf an, wie die Bevölkerung auf diese Maßnahmen reagiert und ob sie die ernst nehmen oder nicht. Und auf der Tagesschau, auf tagesschau.de habe ich gelesen, dass es wohl Mobilitätsdaten gibt, die darauf hinweisen, dass die Menschen die Sachen schon bevor dieser Lockdown-Light eingeführt wurde, schon ernst genommen haben. Und ihre Kontakte reduziert haben. So, dann noch ein paar Hinweise zur Interpretation des Modells. Auch wenn jetzt diese Kapazitätsgrenze, wenn wir jetzt davon ja noch weit entfernt sind, müssen wir beachten, dass es hier regionale Unterschiede gibt. Also hier im östlichen Bereich von Sachsen erkennt man schon, dass es ein bisschen dunkler ist. Wobei das hier in Thüringen eher sehr hell ist. Auch hier in Sachsen-Anhalt ist es eher hell. Das heißt, es gibt hier regionale Unterschiede und hier kann es natürlich zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen. Also auf regionaler Ebene. Und hier merkt man fast gar nichts. Das muss man bei der ganzen Sache beachten. Mein Modell ist jetzt nur für ganz Deutschland ausgelegt. Dann wissen wir nicht, wie die Personalzahl aussieht. Meine Schätzung basiert auf der Anzahl der Betten. Selbst wenn man die Personalzahl hat, wüsste man jetzt aber auch nicht, wie viele bis dahin krank werden. Dann habe ich keine Informationen über die Zukunft, was das Verhalten der Bevölkerung angeht. Also wie ernst werden die Leute das in Zukunft nehmen. Und natürlich fehlende Informationen über bereits vorhandene Immunitäten. Wir wissen ja nicht, wie viele es wirklich schon hatten. Gerade in der ersten Welle gab es eine relativ hohe Dunkelziffer. Die hat man jetzt minimiert. Aber auch jetzt gibt es eine Dunkelziffer. Und das können wir nie hundertprozentig sagen, wie hoch diese Dunkelziffer ist. Das alles spielt natürlich in das Modell mit ein und ist dementsprechend fehleranfällig. Es gibt also nur dezente Hinweise darauf, wie die Zukunft der nächsten ein bis zwei Wochen ungefähr aussehen. So, dann zum Fundstück Medienkompetenz. Bitte nicht erschrecken, weil ich jetzt hier mal ein Bild von der Kanzlerin mit dabei habe. Dieses Fundstück hat mich selbst ein bisschen überrascht. Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Negativbeispiel in den Mainstream-Medien. Und habe gedacht, so Tagesschau, das ist ja immer eine Sache, die ich eigentlich kaum mir noch anschaue. Weil die Qualität da meines Erachtens oft zu wünschen übrig lässt. Wollte mir irgendwas zur Corona raussuchen. Und bin dann hier auf diesen Artikel gestoßen und war dann doch ganz schön überrascht, wie gut sie darüber informieren. Und interessanterweise kommen sie tatsächlich auf ähnliche Schlussfolgerungen wie ich. Also hier, man sieht hier die Veränderung der Mobilität und viele ähnliche Sachen, auf die ich auch gekommen bin. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt kein Negativbeispiel, dann mache ich ein Positivbeispiel. Und muss hier an der Stelle tatsächlich ein bisschen Werbung für die Tagesschau machen. Auch wenn das vielleicht mich wahrscheinlich am meisten schockiert. Also wenn man mir das vor zwei Jahren gesagt hätte, ich würde in zwei Jahren Werbung für die Tagesschau machen, hätte ich demjenigen bestimmt einen Vogel gezeigt. Aber in dem Fall ist es wirklich ein guter Artikel. Und ich habe mir das jetzt auch mehrere Tage angeguckt. Bei der Tagesschau finden sich tatsächlich echt gute Artikel zur Corona-Pandemie. Und da ich jetzt ein gutes, ein positives Beispiel für Mainstream gemacht habe, werde ich dann nächste Woche auch ein Positivbeispiel zu den alternativen Medien machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr ja den Kanal abonnieren. Das nächste Video wird es dann ungefähr nächste Woche Donnerstag bzw. Freitag geben. Ja, wer sich diesen Artikel hier mal durchlesen will, der bekommt natürlich den Link unten in der Videobeschreibung. Da sind ja wie immer alle Quellen angegeben. Ich habe jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt gemacht. Okay, das war es für heute. Wenn euch die Interpretation und das Modell gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Und wenn es geht, wenn ihr noch irgendjemanden habt, mit dem ihr euch austauschen wollt, dann teilen, teilen, teilen. Auf allen Social Media Kanälen, die euch zur Verfügung stehen. Das wäre sehr nett. Okay, ansonsten dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.